ja hallo liebe simson freunde so heute gibt es noch mal ein update und zwar was die dichtung angeht von simson klaus oder mittlerweile heißt er ja moped klaus und zwar er hat jetzt neue dichtung hergestellt und zwar in einer noch besseren qualität und zwar hier aus dem werkstoff kauter sit af 400 die sind noch ein bisschen besser von der qualität noch hitzebeständiger und ja was soll ich sagen also wir wollen die natürlich auch gleich mal ausprobieren und schauen wie die jetzt im gegensatz zu den anderen zu den af 200 dichtung sind und ja was soll ich sagen sehr schöne qualität wir haben hier die deckeldichtung wieder in einem millimeter bestellt und die motormitteldichtung die es in 0,5 millimeter und ja vergaser dichtung gibt es dabei und abtriebswellendichtung und zylinderfußdichtung ja gibt es alles so in einem satz also wir haben das mal komplett bestellt und ich muss sagen mir gefällt diese qualität auch sehr sehr gut und ja bauen wir mal ganz kurz ein und auf lange sicht schauen wir dann mal wie die dichtung sich verhalten aber die anderen waren auch schon perfekt und richtig schön dicht und ich denke mal dass diese dichtung hier tatsächlich noch ein bisschen besser sind ja verlinken wir mal unten wo es die gibt also ganz wichtig werbung und könnt ihr ja mal ausprobieren und dann Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020